Und jetzt, liebe Zuschauer, ist er wieder am Zug, Inspektor Lavardin. Tatort ist eine kleine Küstenstadt, das Mordopfer ein engagierter Gewerkschafter. Ein politisches Verbrechen liegt zwar nahe, doch es gibt noch eine zweite heiße Spur. Also steckt Lavardin seine gefürchtete Spürnase abwechselnd in öffentliche und in private Angelegenheiten. Claude Chabrol schrieb das Drehbuch zu diesem außergewöhnlichen Krimi. Der Teufel in der Stadt, das, liebe Zuschauer, verspricht Midnight Action pur. Den nächsten Film sehen Sie mit freundlicher Unterstützung von TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift.